Da kann ich jetzt vielleicht nicht fragen, ne? Natürlich! Ich lebe seit langer Zeit in Vertil. Und bevor ich die Lust an derartigen Dingen verlor, habe ich wahrscheinlich alles Erdenkliche erlebt. Emotional und sexuell. Um all meine Abenteuer zu erzählen, bräuchte ich Wochen. Abgesehen davon würde ich sie nicht in der Öffentlichkeit preisgeben. So schlimm? Du zweifelst an meinen Worten? Gut. Dann erzähle ich dir die Geschichte von meiner 14. Frau. Der Prinzessin der Elefantenstadt. Ernsthaft? Aber das ist... abstoßend. Und das sind noch die harmlosen Geschichten. Ich sagte schon, dass ich alles probiert habe. Vielleicht verstehst du jetzt meine Zurückhaltung gegenüber deiner Freundin. Absolut. Also was soll ich ihr sagen? Was immer du willst, ich kann jede Geschichte bestätigen. Wir reden später. Okay, ich... Ja... Also... Geil, ne? Vorzugt Fernangriffe, bevorzugt Nahkämpfe, kontrolliert nahe Feinde, damit sie ihre Verbindung angreifen. Ganz ehrlich, den nehme ich mit, Alter. Der ist echt scheiß langs. Oh, ne, geht ja richtig flott. Aber ich hätte die Geschichte, die ich hätte schon gern gehört, ne? Ich bin nur sehr interessiert an solchen Geschichten, aber mal kurz mit Sibylle. Sibylle, kannst du reden? Ja. Ja. Ich habe mit Matras gesprochen. Er hat endlich über sein Liebes... ähm... Leben gesprochen. Und? Was hat er dir erzählt? Nicht wegen dem Mann ist ein kranker Typ, du willst es nicht wissen, unser Freund ist sehr romantisch. Unsere freundliche Leiche ist der totale Romantiker. Ich konnte es hinter seinem stolzen Äußeren sprechen. Er war mit vollem Herzen dabei. Er hat keine Details erzählt. Er hatte viele Frauen und jedes Mal musste er zusehen, wie sie älter wurden und starben. Und er konnte ihnen nicht helfen. Das ist... einfach nur furchtbar. Ja, das ist es. Daher fällt es ihm so schwer, darüber zu sprechen. Verstehst du? Ja, ich bin dumm. Trotzdem, danke für deine Hilfe. Ich werde ihn damit nicht mehr belästigen. Das ist sehr nett. Okay. Bis später. Gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Und wir gucken jetzt noch mal kurz ins Questbuch. Das ist immer noch bei so vielen, also... So, wo ist denn da? Das... Baldwin. Baldwin ist der Anführer der Menschentruppen, die dem Lager nach Karatas bergetreten sind. Diese kleine Truppe von Soldaten, die die Überreste der Elite ein... Elite... Infanterieeinheit, Nachtwache aus einem östlichen Königreich hofften, darauf, dass die Elferarmee den Krieg umdrehen. Doch die furchtbare Niederlage hat ihre Hoffnung zu schert und nun versuchen sie nur den Tag ihres Todes hinaus zu zögern. Okay. So, ich wollte noch ins Quest-Tagebuch nachschauen, aber ich bin gerade draufgekommen. Ich bin gerade draufgekommen. Also, ich will jetzt nicht schon wieder diese Punkte ausgeben, ja, damit ich da mit das Kleid ist. Aber wir haben so viel Material, glaube ich, mit, ne? Das trägt jetzt eigentlich nicht so... Das ist jetzt nicht so viel, meiner Meinung nach. Da ist eher... Äh, hier ist dann aber auch nicht ganz so viel, ne? Gut, zusammen macht das dann schon was aus, ne? Aber... Hier, die... Die Sachen sind halt sehr, sehr extrem, ne? Die 10er auf jeden Fall. Die brauchen wir sowieso nicht mehr, nü. Die nehme ich auch noch weg. Du hast 10 gefärscht, ach du scheiße. Gut, das hätte mal wieder ein bisschen was verringert. Gut, ich lasse es dann noch ein bisschen in die Richtung. Also, ich werde jetzt noch ein paar, keine Ahnung, ein paar Gegner erledigen. Auf jeden Fall, nach Karataz werde ich noch gehen. So, mit dem brauche ich nicht mehr reden. Der kommt eh hinterher. Der ist, glaube ich, ganz, ganz mächtig eigentlich, meiner Meinung nach. Aber ich bräuchte halt jemanden, der wird die Gegend vom Leipen, weil so Randwoll wäre das ja optimal. Nur, äh, die halten halt alle nichts aus. Das ist mein Problem. Da ist mir die Bilder eigentlich viel lieber, ne, weil die... So. So, was werden jetzt hier so die richtige... Okay, hier brauchen wir eigentlich gar nicht ganz hingehen. Alter, der Stecki langsam. Alter, das nennt der Schleichen? Der ist ja übermorgen noch nicht da. Und der ist ja übermorgen noch nicht da. die frage ist magst du ein bisschen schneller gehen ich verstecke mich hier oben einer gehört kommen aber hier nicht rein oder sieht nicht so aus diese kiste was hier ist oben schütze ja so und jetzt aber da ja doch der ist recht mächtig der typ wir sind jetzt auch mächtig aber der ist echt geil ja was heißt so viele ich habe alle 20 schaffe ich die aufgabe ja nicht mehr so mal kurz karte einschalten damit ich weiß wo wir sind so einer fehlt noch wo ein offizierskürers noch eine neue war noch eine rüstung er hat nur störungswiderstand okay ja der ist es nicht meins wie die stadtsaaten hätte ich schon gerne sage ich jetzt mal so hier hinten werden nichts da oben wer noch was unter einer mitte ist noch was kommt mir so vor da ist nichts okay das ist bescheuert ja die werden dem schaden hier auf jeden fall besser müsste ich dann nur noch wieder aufrüsten also ich weiß nicht was man so alles mit denen wieder pushen kann da war ja das gleiche schaust auf kritischen treffe kann man um acht prozent erhöhen hier kann man achten scheiß also man kann es auf acht prozent erhöhen kann ich hier noch mal auf vier prozent erhöhen und von hinten kann man auch noch erhöht ich weiß nicht was zu zweit das meinte auch dazu dabei hat aber auf jeden fall schaustrische treffer 22 prozent ist schon sehr sehr groß das ist wieder weg gehst du weg das ist wieder zu entfernen wäre natürlich jetzt sehr sehr bitter das möchte ich jetzt eigentlich nicht da geh weg da geh weg da geh weg da ich muss dem da helfen ich muss dem da helfen so jetzt kann er natürlich mir mit dem Kerl helfen da 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 Traumhaft, mein Cap. Eine Kiste. Sehr schön. So, war da etwas drin in der Kiste oder... Ne. So, wir hätten jetzt alles. Speichern. Bei den Göttern. Vulkan? Bist du das? Hilf uns hier rauszukommen. Geh nach Südosten. Dort findest du einen Eingang zum Stützpfeiler. Nimm diesen Durchgang und such dann nach einer Öffnung in der Wand des Cliffs. Der Rest der Kompanie hat sich dort versteckt. Verstanden. Es gibt noch ein Lager mit Gefangenen drüben im Westen. Keine von unseren Leuten, aber... Vielleicht sollten wir trotzdem versuchen, sie zu befreien. Ja, natürlich. Sollen wir dir zur Hand gehen? Nein, verschwindet von hier. Gut. Wir sehen uns im Lager. Viel Glück. Du wirst es brauchen. So, wir sind Freitag gefangen in den Elfen. Huch, geile Scheiße. Wieder enorm viel Sachen. Wo zum Teufel? Steckt da Typ? Ich höre ihn nicht. Doch, da höre ich ihn. Komm mit. Also, kann man gar nicht raus. Nein, komm hier nicht mit. Ja, wir haben eine Klinge aufgehoben. Bla, bla, bla. Präale Elite-Klinge. Nehme ich sofort. So, mal gucken. Also, wir könnten da 8, 6, 2 und 6 draus machen. Und bekommen... Also, 8, 6, 2, 6. Und wir bekommen... 8, 6, 2, 6. Also, ja, wir haben da alles bekommen. Da fehlen uns zwei Sachen. Da fehlen uns eins. Aber es ist nicht so tragisch. So, jetzt müssen wir noch... Hier... Ah, hier ist noch ein Spalt.